Und damit willkommen zurück zu M9-Port, bei Eldos Gate 3. Ich habe im letzten Part schon mal geredet. Ja, die Celebrations, die Trowerfeiern. Schauen wir uns heute mal an. Was haben wir hier? Ist doch ein... Du Regal. Wollt Umbali Opfern? Es soll Glück bringen, Umbali nach innen zu stimmen. Aha. Aha. Wer singt hier? Ja. Das würde ich gerne wissen. Entschuldigung. Entschuldigung. Zum für Belohn. Zum für Belohn. Okay. Das war's. Okay. Ich bin ein Schmuck. Wie darf er diese Schmuck schreien die Sicherheit von Greyhörbüren? Wir finden seinen Mastern und ihn zu den Beobachtungen in die Bich Queen. Nicht ein süßes Schmuck wie Holly, sondern eine schreckende Flüge von fruchtlösen Gaffens und Blastung. Ich bringe Gold. Ich bringe ein Gebet. Ich bringe meine Waffe um ihr Todrechen zu helfen. Ich habe kein Tribut dabei. Das könnte blöd werden. Todrechen? Ich weiß nicht. Dann legen wir uns mit der Plusgütte an oder so. Ich weiß nicht. Sie sind ertrunken. Wer ist sie gestorben? Ich habe selten so eine positive Überstattung erlebt. Schöne Leichen haben. Das werden wir. Es ist nicht der schlimmste Tod, aber es ist schon gut. Der Erstickungstod ist schon sehr brutal. Es verdauert ziemlich lang. Das ist das brutale Dauern. Er ist langsamer. Und wie hat Ambali sie vor einem Schmach für den Tod bewahrt. Es bringt gutem Schlaf und Westerwirkenshilfen. Die Beest strach, Holly. While sie war schwimmen in Grey Harbour. Sie wurde gefunden von einigen Fischern. Sie hätte sie eine schreckliche, agonierende Todes. Sie hätte sie nicht bestellt auf sie die Merse der Dräunung. Die Nahrung des Triebens. Was? Es handelt sich bei dem kostbaren Geschenk ja wohl nicht um ertrinken. Aber wo finde ich den meisten der Bestien? Gut, ich will sehen was ich tun kann. Tut mir leid. Für so etwas habe ich keine Zeit. Wie leid? We haven't found its lair is yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber. And skewer it before it wakes. Salt kiss your brow. We await your return. And the beast master's demise. I'm sorry, Mr. Shafa. Hear our prayer. Blood the world with your word. Subtume us. Oh, Umbly hear us. Umbly bring your daughter home. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, yeah. Hey, Leid. Auch her chinayard. Lordly for that Cottage! What if he does! Oh, yeah. Nah, yeah. He's standing on the way. Alter, einmal unten. Was können wir tatsächlich tun? In die Pferde. Lass mal drin. Mal könnten wir mitnehmen, aber ich bin mal nicht so die Totenruhe zu schändigen. Wer würde das denn machen? Wundelgrab ausnehmen und so, das würde ich doch nie machen. Okay, da können wir nicht durch. Ich könnte mal bestimmt besiegen, aber... Okay, da können wir nicht durch. Ich bin ja schon weg. Ein schöner Song. Ah ja. Mh, Bully's House. Geht's noch weiter? Wundern. Ich bin ja schon in der Poße. Trump der Überlegung. Oha. Ich bin ja dringend. Ein dringender Überlegung. Ah! Dich. Da war einer Schwahagin. Wie großartig. Er hat sie damit verschenkt. Da sind sie über der Schwahagin. Ich könnte auch noch eine weitere Liste umarbeiten. Doch nichts kl충 ist. Das ist eine große Lüge verrückt. Die anderen denken, dass ich nichts weiß. Nehmt das mal mit. Ich habe den ganzen Tag hier angelt, 3 Fische gefangen und hier. Nehmt die mal mit. Ich hätte hier eigentlich gehofft. Jemanden gewisses zu treffen. Ein gewisses Baden. Ein gewisses Baden. Ein gewisses Baden. Das haben wir danach geguckt. Nein! Nein! Jetzt ist die Träume offen. Wo sie nicht stehen. Das ist eine Droge sein. Ah ja. Entschuldige gute Hopfen. Zeit hier für brutal. Okay. Wo sind wir hier. Richtig getrunken. Ich bin die Meister der. Ah und hier ist die Stallwachenfest. Okay. Schauen wir mal. Wie geht's denn hier? Wie geht's denn hier? Wie geht's denn hier? Sie sind in Wasser. Das Wasser ist verletzt. Du musst auf das nächste Boat warten. Nur diese drei dann. Ich wundere, was cool ist denn? Ich wünschte diese Worte meine Höhle und meine Brüder. Ich habe Senn und Leep packen die Mädchen ohne mich. Aber wenn dieser Schmuggler kann sie in die Worte tief und weg von dem Absoluten... So, wo ist denn die so? Ja... Kurze Hinweise darauf, dass man hier... Mitten auf dem See steht, oder ist das? Man muss hier doch einen Hafen haben, jemand sein, der von mir Bescheid weiß. Ein Blütchen. Ich will nicht ohne Papa gehen! Mama, er muss mit uns gehen! Ich liebe das! Dieser Schmuggler schmuggler will nicht alle von uns, weil wir nicht die vier Börsen haben. Gehütig! Papa sagt, ich muss zu sein, um Mama zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich so zu sein kann. Ich weiß nicht, aber ich werde versuchen. Das ist Leben und Tod für mich, auch Mama. Du bekommst nur so viele Börsen auf meinem Schlup, wie du für sie bezahlen kannst. Wenn ich einen Freeloader verzeuge, werde ich meine eigene Crew schrappen. Ich will nicht mit mir. Ich will nicht mit mir. Ich will nicht mit mir. Überzeugen, Captain. Ich will nicht wahr? Es wäre doch ein Jammer, die Familie auseinanderzureißen. Lasst den Vater mitkommen. Ein Schüchternes. Es gibt Neuigkeiten, Captain. Ihr werdet alle vier zum Preis für drei akzeptieren und den Vater an Bord lassen. Ich will euch in den Hafen, klar. Und versuche uns mal mit überzeugen. Bevor wir wohnen. Ach du Scheiße. Ja, er kann mit uns so gut sein. Kann das Pustum noch was werden. Ja. Na, siehst du. Können wir doch noch klären. Und das ist der Vater? Ich weiß nicht, wer du bist. Aber alles ich kann sagen, ist, danke dir. Wenn du immer Kinder haben, dann verstehst du, was du für uns getan hast. Eher nicht so, aber... War mir doch ein Vergnügen. Ich höre mich mal hier um, ob wir den Mord hier aufkennen können. Ah ja. Bis hier noch keiner besonders aufwendig. Keiner verdächtig. Ah ja. Dann gucken wir uns mal weiter um. Ja. Bei Flüsslingen. sehr öblich hier Den können wir nicht, es mischt, mit der Stahlwache quatschen, hoffentlich keine schlechte Entscheidung mit Trampeter im Frühwurz drüber Ah, und ich werde nicht helfen können Das Ding hält euch für in der Seilenpörlach, warum? Ja warum wohl? Das hattet er eben auch gesagt, wisst ihr wie man die Maschinen mit vier Funktionen Präpariert? Wo ist denn diese Gießerei der Stahlwache? Das ist praktisch, aber unmöglich. Rapport zu der Stahlwache-Foundry, für die sofortige Dismantlung Ja, ja, erzähl mir etwas, was ich nicht weiß So, dann gehen wir mal weiter Also es geht jetzt nichts zur Stahlfabrik Stahlwachenfabrik Das ist doch hier unten lang gehen können, aber okay Okay Und Jessie Tops Ah ja Ich weiß nicht, was ich hier 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 Ich bin schon mal da dran Ich bin schon mal da dran Da hinten haben wir was noch nicht freigeschaltet. Oha. Oh, da wurde doch jemand reingeschubst. Sieht doch so aus, als wäre ich ja... Können wir da irgendwie hoch? Oha. 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 Umtreibsbote. hier unten ist noch ein steg keine ahnung daran kommt das dach vielleicht wir kommen dann wieder zurück dann werde ich über das dach gehen und da runter hüpfen dann sehe ich mich wie ich immer wieder zurückkomme seitdem durch die Tür hier dann ist die doppelte Tür ich weiß nicht wie es so clever ist da hinzubrechen wir könnten es aber mal versuchen ich mache Spielsprechern dann versuchen wir es mal ich hoffe da gibt es keine Ärger na das könnte knapp werden sehr schön ah das war klar das ist nur die Paraisernio die erste Dome Bewegungsrate tja die 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 Er hat wohl nicht so viel gebracht. Ich muss es nachladen. Das trifft keiner auch mit, oder? Knurr. Knurr heißt er. Ich bin schon teuer. Wie der nächste down. Down, down, down. Ein Vierschlag. Noch ein Vierschlag. Das gibt's doch nicht. Das ist wohl nämlich. Eine noch down. Ein Vierschlag. 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 können wir da eigentlich rüber den platz das wäre es da könnten wir dort weiter finden hinterm konto ist das müssen wir durch die bank in den hinterm ruf nichts dran ein angel, ich würde schon mal einen angel haben können wir die benutzen ausrüsten also selber angeln können wir nicht schade haben wir hier schon nachgeguckt nichts drin hier dafür dass das der haupt export hafen hier ist angeblich es ist hier wenig los alles schon sicher nach hause gebracht oder wie ein stapelte sektor nichts ziemlich enttäuschend hier wir dann vom rüber die 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 parНА hast sie ..... so viel dazu heute noch ein ganzer fleck den wir nicht erkundet haben Da sollten wir mal hoch. Ich bin da wohl hier an der Stahlwache vorbei, die nicht mitgekommen hat, dass wir geraubt haben. Wenn wir hier am Ende keine schrotzen Flecken mehr auf der Karte haben, das wir schön uns erkundet haben. Oh, hier passiert etwas. Es packt. So, das versteckt es im Grau. Oh Gott, nein. Hier sind wir verkehrt. Ich gehe trotzdem mal hin. Einmal drumherum. Ach, der Park hier war doch schon mal vorhin. Wir sind wieder in der Stadt. So wird es hier. Hier wird sie barriere. Und sie haben doch Platz. Da drüben steht ein leerer. Eine leere Lagerhalle. Da müssen sie zumindest nicht auf der Straße schlafen. Hier kann man aufrüsten mit neuen Sachen. Hier kann man super mal irgendwie ein paar Betten einstellen und so. Blut vortrinken. Ist hier eine Taverne oder was? Das ist hier eine Taverne oder was? Das ist ein Dachengutiger. Ah ja. Okay, den Mörder werden wir wahrscheinlich nicht finden. Das fällt nicht ganz. Was ist denn in diesem Haus hier? Austrinken. Ja, Hafentaverne. Schön gestaltet hier als Schiff. Wir müssen noch mal rein. 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 Wir müssen noch rein. Wir müssen noch rein. Wir müssen noch rein. Ja, ich werde den Deal zurückkommen. Komm mal zurück und ich gebe dir das gute Hammer. Blöde, du bist wie ein Stray mit einem Kuchen. Ha ha ha, gut. Aber nur weil es dir das zu fragen. Aha. Zubarman. Ich möchte etwas denken. Fert mich an die Regeln, was verkauft ihr? Naja, es ist eine kleine Lüge. Was verkauft ihr und wenn ich mal dringen muss? Oh, Essen. Oh, wir haben was zum Tauschen, eine Länge. Lagerverletzung noch geworden. Schwarze Pudding, schade. Das ist aber kein Pudding. Oh, nicht trinken. Ein ganzes Hühnchen. Ein bisschen Wurst. Gemüsebrühe. Das ist viel zu essen. Schweinelände. Kartoffel-Breie. 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 Hm, lecker. Pilze. Fögel-Suppel-Breie. So, stohlene Ware zu vertaufen. Essenz aus Äther. Okay. Schlaf bitte zum Einatmen. Klingt gut. Wurst mit dem Prümerform. Okay. Die Ritterrüstung können wir gut verkaufen. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Wurst. Tomate. Wir kaufen ihn alle, damit die anderen nichts mehr haben. Butterbrötchen. Mh, mh. Keks. Melone. Ein bisschen Schnappes. Wein. Wow. Wir tauschen mal so. Sehr schön. Und er hat nichts mehr. Einen anderen Gäste können gehen. Wir haben es aufgekauft. Na toll. Das Spiel hat es nicht berechnet, dass wir hier durch diese Tür gehen. Ahem. Raum wird geladen. Hm. Was aber dahinter sein mag. Unter dieser Tür. Werden wir es erfahren. Und dann wird sich das Spiel aufhängen. Und abstürzen. Man hört Kräutsche. Es passiert etwas. Es wird geladen. Es wird geladen. Es wird geladen. Ziemlich lächerlich manchmal. Mal. Aha. Okay. Sind wir also klar. in der Tür. Die nächste Tür. Die nächste Tür. Die nächste Tür. Ich muss das Spiel jetzt mal in diese Raum wiederladen. Hier hoch geht's. Uh-huh. This marriage will save the business. Just meet the Nilsons son. One meeting. For us. For your family. Excuse me, quick question. Would you marry a stranger so your family can make buckets of gold? It's not just her life. It's her mother, her sisters. Mine for goodness sake. Do you want to see us on the streets? I want to be happy. And I already am. With Sasha. The Peddler's daughter? What? I won't stare for this. Then leave. I... I've made up my mind. Fine. You ungrateful, miserable... Supportive... Eltern. Fantastisch. So, that's good. Both of them! Captain. Oh my God. Can't the Captain be hungover in peace? Out! You sad sack of peace! Oh, then congrats. You've met her. Pity she's no time for adult twats. With the charm of a cock now to a mask. Now leave me in bloody peace! Aaaaah, damn. Ah the lamp. Oh, oh lauter! Kleidungsauswürstung. Aah, schade. They're not gonna be either in detainful hu 振 texto. It's important. We need to takeando money in Blade Chronicles. Klotzer. Wenn du ein großer Fan von Duke Gortash bist, schau dich um dich herum und schau dich. Präferendlich direkt in die Arbor-Water. Ah ja. Nehmen eine Abkürzung. Klien Abduck fliegt hier. Sie hüpfen alle nach. So, ich würde hier mal gerne ein bisschen... Da hat glaube ich auch noch... ...instrument dabei. Eine Flöte. Eine Flöte. Können Sie mal versuchen. Schlechtes Auftreten. Sie muss üben. Äh, das sind nicht die Löcher. Das ist... Keiner muss das in die falschen Löcher der Flöte. Da gibt es ein großes Loch vorne. Ich hätte noch nie den Flöte gesehen. Oh, naja. Ich glaube, es sind Flöten doch gar nicht so schwer zu spielen. Es ist ja... Ich brauche ein bisschen Übung, dass es gut klingt, aber... ...die Löcher zu halten und rein zu pusten, das ist jetzt nicht so... Ach, tja. Ein bisschen Kult. Keiner versucht sich noch. Unter dem Teppich. Habt ihr schön unter dem Teppich geworfen. Äh, Lidze, du stehst da... ...auf meinem Gate. mal ausgefeiert. Sein Mann, ihr habt eure zweite Veränderungen erhalten. Und fühlt sich an? Bote Frage. Sein Mann, die ich auch noch lange wollte. Vielleicht könnte ich die dritte Veränderung noch machen. Wenn ich dich触te, habe ich Gefühl, wie... ... als eine reale Person. Mein Herz schraubte. Aber ich habe dich nicht gefeuert. Ich muss nicht mehr Angst sein. Ich muss nicht zurückhalten. Ich bin nicht sicher, dass die Welt bereit ist für den ungeliefert Karlaq, aber es bekommt es auch. Dank an Damon. Dank an dich. Wir haben nämlich noch ein Metall. Aber Damon hat doch gesagt, dass eure Maschine auf der materiellen Ebene nicht überleben kann. Was ist damit? Das werdet ihr mit ihrer neu gewonnen Freiheit anstellen. Ich bin froh, dass ihr bekommen habt, was ihr wolltet. Ich bin froh, dass sie immer wiederkommen sind. Und die Freude ist sehr schnell. Ich werde mich auf späteren, aber nicht jetzt. Ich bin auch, Soldier. Ich bin auch, ich bin auch. Für jedes Knochen wir nehmen, ich fühle mich, dass ich einen kleinen Knochen will, nur um mich zu gehen. Ah ja. So, hier müssen wir noch irgendwann mal lang. Jetzt ist unser nächstes Ziel hier hin. Hier war dann unser Daemon. Der war irgendwo hier oben. Der für das Preis. Irgendwo hier bei der... Aha. Ne, muss man die Morde untersuchen. Na ja, von Tiefwasser? Ne, das machen wir auch noch nicht. Okay, gehen wir mal wieder ins Stadtinnere. So steil machen können wir später in einem anderen Part. Da ist Ermittlungen drin. Um die Schnellreise mal rein in meinen Laden würde. Und die Schnellreise für Facebook. Wir sehen uns weiter nach. Einmal, die Knoton-Kirchan. Auch hier Werekt сторон wird gut Tschüss. Weil Knoton aus halt Menschen llegó auch wieder dann gut. Also sie haben wir겨 spos consciousness, wir wenn, wasā gut zu machen, Okay, wo war das mit den Morden? Ich bin auf dem Weg, ja, nein, auf dem Weg nicht. Der Demon vorbei. Und die Saren. Genau, da müssen wir dann... Aha. Irgendwann reden. Wie lange brauchen die denn? Dass die hier sind. Die sind nicht vor uns losgerannt. Und die haben hier... Ach, diesen Motor. Das ist ja... Das ist ein anderer Mod. Den konnten wir noch nicht aufklären. Das werden wir wahrscheinlich nichts herausfinden. Das hat irgendwie zu seiner Lücke irgendwie... Oder was gefunden. Hm. Ja, die sind nur durch die... Die gibt es noch oben, aber ich glaube nicht, dass es nicht seiner... Das nächste Haus schon. Sie muss irgendwann aus der Stadt sein. Die sind immer mal zu Daemon. Der war doch hier irgendwo da nicht. Die sind größte. Ach, das ist das nicht. Das ist das nicht. Deine Gäste! Das ist noch was anderes. So ein Beinfest wollen wir auch irgendwie nicht. Ich warte in dieser Reben, das wollen sie nie von der Taverne. Ich muss irgendwo hier, etwas hier. Das ist noch nicht hier. Ah, da immer. Das ist eine gute Moment, um zu sprechen. Was kann ich für dich machen? Ihr habt da eine schöne Werkstatt, könnt ihr mir die Waren ansehen. Natürlich. Ich kann mal das... Nee, Stahl. Rüstung, Ausdauer, Schwert. Ich hab das vor der Waren doch schon. Er hat nichts. Okay, also doch nichts. Und Kader. Nee, heilen will ich jetzt noch nicht. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Zum Hafen. Dann schauen wir uns mal das Ding mit den Stahlwachen an. Wenn wir nur dagegen einen Haufen Stahlwachen kämpfen müssen, geht mal am Arsch. Das letzte Mal, das ich gegen gekämpft habe. Ja, vergiss das. Hier ist die Reihe der Stahlwachen. Kann man da irgendwie rein, auf legalem Weg? Hier geht nichts. Ich habe doch kein tiefes Werkzeug verfügbar auf der Schande. Ein Griff, ich weiß ja nicht. macht euch macht euch aufs neu laden fast da steht eine stahlwache dreht dahinter und hier davor auch man sollte auf ein schiff gehen wenn wir angriffen hat ja mal gar nichts gebracht nun die stichschaden fantastisch tja ich brauche ein liebeswerkzeug um da reinzukommen warum haben wir da keines mehr fein und schärfe werkzeug die stahlwache hatte ich glaube ich noch welche oder welches da müssten wir nochmal ins lagern ich muss ihn abzuholen fantastisch klingt ja ein abend jetzt irgendeinen weg drum herum drüben ist ein hafen das könnte man vielleicht wenn man schon drin wäre könnten schwimmen und versuchen hier reinzukommen durch das wasser können wir denn schwimmen ist die gute frage wir können es versuchen ach nein wir können nicht schwimmen das ist ja fantastisch so kommen wir uns mal einen weg hinein erstmal hier hinauf vielleicht gibt es einen hintereingang ja ives what are you looking at are allowed brakes contracts Sieht aus wie der Chef. Aha, was passiert hier? Ah, ja. Dann gehts weiter. Wir mischen mich mal nicht ein. Okay, ist noch mal hinten da. Okay. Ah, ein Dweller. Du findest dich in der Kradel von allen Wissen, mit dem Unterdark. Die Gesellschaft der Brillanz. Sag mir, was kann die Gesellschaft für dich tun? Ich möchte Mitglied werden. Ich habe einen deiner Forscher im Unterricht getroffen. Sein Name war Blurg. Die Gesellschaft der Brillanz. Sieht mir nach einer Bibliothek aus. Vergehen. Du sagst nicht. Blurg ist da draußen, vorbereiteten eine sehr ungewöhnliche Bibliothek. Ich bin sicher, er wird glücklich sein, zu sehen eine Freundinbarkeit. Die Freundinbarkeit. Die Freundinbarkeit. Ich versuche dir, wir sind wie gut ein Institution als jeder andere in dieser Stadt. Wir lieben einfach, zu halten, unsere Weibung aus den Bereichen der Studie. Man muss sich schuldig sein, um zu erreichen, eine wirkliche Akademie. Delusion. Oh je. Illuminaten. Ich versuche dir. Ich bin glücklich von Glurk. Ich mache mir ein bisschen zu tun mit, einen Schlagn. letzten Mal ist, dass ich meine Krahl-Kreifungen verabschiedsende Múcg, nicht mehr minutos, dieuvreere Empziese, nicht mehr aus. Unwesendes Krahl-Kreifungen Niezступen. Ich versuche, Weibber, das tut. Oh, Lusikquartierung. Ah ja. Schauen wir sie mal um. Blut. My surface dwelling friend. I take it you were curious to see the society of brilliance for yourself. The lure of knowledge is a hard one to resist. Even where it requires us to endure discomfort. For example it is quite bright up here. I had forgotten about the malady known as sunburn. Aha. I heard from a sailboat. Against the forces of sunburn. And have you left the underweight? Have you anything to do? No. A field of research. I am glad exists. It will be of immense value for those exposed to it on a more regular basis. As for me, I'll remain indoors. The society's library will keep me quite busy until I return to my research in the Underdark. We are required to attend the lodge from time to time in order to present our findings to the society's members. My research partner prefers to avoid crowds. And so has remained in the Underdark to monitor our Zirkwood samples. I am eager to return myself. But I must prepare my treaties before I depart. Sharing knowledge is one of the society's most important tenets. The Underused Underdark. Applications for Zirkwood in unlocking the future of subterranean civilizations. I may be indulging myself somewhat with its title, but I do believe our research harbors such potential. I only hope the society's members agree. Speaking of which, I should get back to annotating my references. Is there anything else I could do for you? Of course. I always carry samples in case there are inquiring minds looking to purchase them. Aha. Naja. Nicht so interessant außer das hier. Was ich brauche. Ein Dienstspender. Mit Trigger Blitzladung erhält. Und er auch 3 temporäre Treffen hinter. Und die Dienstversengen. Segen der Strahl. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch sehr teuer. Einer von Scanning der Strahl schon. Lass ich erstmal so. Nächste Genesung. Nächste Genesung. Das von der. Spiele des Wohltunen und Schreckens. Ja, warum war das nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie noch irgendwas. 40. Ein paar Briefe verkaufen. Spiele des Wohltunen und Schiffen. Na und. Schauen wir mal im nächsten Ort. Wie es hier weiter geht. Wie wir zu dem. Ob wir vielleicht auch noch zum Stahlwachen reinkommen. oder was wir hier in dem nächsten Bereich noch erkunden können. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sehen und ansonsten schauen wir mal hier vielleicht gibt es hier noch einen Hinteringang das kriegen wir leichter kommen Ja, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Ciao Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018